Jetzt haben wir eine Pauke stehen. Kann man eine Pauke stimmen? Ja, man kann natürlich Melodien auf einer Pauke spielen. Warum? Weil Pauken ein Pedal haben. Das Pedal macht, dass ich mit meinem Fuß stimmen kann. Wenn ich das runter drücke, dann ziehen diese Schrauben, die hier sind, die ziehen diesen Spannreifen nach unten und dann wird das Fell straffer gezogen über diesen Kessel und dann wird der Ton höher. Andersrum wird der Ton natürlich tiefer. Manche Leute denken vielleicht, was macht der da? Hut er sich aus? Ist ihm schlecht? Nein, er stimmt dem Ton nach. Hier ist noch ein Hebel und hiermit kann ich jetzt einstellen, dass das A auch da ist, wo der Zeiger... Also damit stimmst du das quasi? Genau, so stimme ich meine Pauke, dass das hier... Auch wirklich, ja. Jetzt sage ich, das ist ein A. Ich habe hier gleich so einen Schlägel, der würde ich sagen ist perfekt eingespielt. Viele Leute fragen dann, wieso habt ihr eigentlich so viele Schlägel? Die klingen dann so...